Hallo und Willkommen zurück zu Quantum Conundrum und mit diesem Wahnsinns-Wortwitz. Ja, da muss sogar ich sagen. Ne, danke. Ja, Ike quält sich da also immer noch einen ab auf dem Laufband. Ja, ich werde mal drüber nachdenken. Ich werde erst mal gucken, was ich hier so... Was passiert denn hier eigentlich? Da kommen die Kisten. Ich kann sie schwer machen. Kann sie schwer machen? So, jetzt. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ah, sie gehen immer noch zur Seite weg. Okay. Und ich kann sie nach oben holen. Okay. Ähm... Sollen die irgendwo... Achso, klar. Die sollen hier oben hin. Beziehungsweise ich hole mir eine. Plopp. Laufband umgekehrt. Was will ich denn... Achso, dann schlage ich die Scheibe ein danach. Alles klar. Dann kommt die jetzt hier runter. Zippt. Oh, nice! Und jetzt? Nee. Nein. War klar. Er verzieht sich wieder, wenn ich hier bin. So. Na dann. Ups. Immer wieder die falsche Taste. So. Ich soll hier nur durch. Weil ich ja mal hier schauen könnte. Aber ich glaube, da komme ich auch nur vorhin. Zupp. Okay. Normal. Und? You should perhaps place something in there. Na. Macht das was? Das geht da runter. Achso. Ich soll es wieder hoch nehmen. Okay. So. Einmal da runter. Dann da hoch. Jetzt schwer. Sonst geht es ja kaputt. Jetzt wieder hoch. So. Dann da hoch. Dann da hoch. Dann ist die Frage. Wenn ich es jetzt runterfallen lasse. Oh nein. Kommt hier wieder so eine Geschichte? Nee. Es geht. Achso. Logischerweise. Haha. Auf der Seite geht es natürlich so weiter. Und schwer. Ja. Und runter. Und. Äh. Hup. Äh. Achso. Es muss da weiter. Ja. 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 Okay. Hups. Verstanden. So. Eigentlich braucht man nur zwei Tasten. Und zwar jetzt wieder hoch. Aber wie. So schaffe ich das. Ein bisschen pendeln lassen. So. Und runter mit dir. Ich muss mal sagen. Reverse Engineering ist ein total tolles Wort im Englisch. Das meine ich jetzt komplett ironiefrei. Weil man es einfach. Oh. Man kann es einfach auch so schlecht übersetzen. Also es bringt es genau auf den Punkt. Mit diesem Wort. Ja. Umgekehrte Ingenieurskunst oder so. Hört sich halt wirklich doof an. Oh. Jetzt laufe ich hier durch. In addition to being a fuel source. It's also a superconductor and amplifier of energy frequencies. Just a small amount infused with dimensional extract can build enough energy to power the IDS device receptacles. Dann weiß ich das jetzt auch. Dankeschön. Ach hier ist doch bestimmt wieder irgendwas was ich übersehe und überhöre. Immer diese Geräuschemacher. Frustrierend. Ich meine die Levels sind ja schon irgendwie minimalistisch. Wie man da noch was übersehen kann. Oh yes. This area unfortunately flooded a few weeks ago. You'll need to go all the way around. All the way around. Ja also wie man da was übersehen hat. Er kann. Ist ja eigentlich ein Rätsel ne. Ausdauertraining am Förderband. Das hat doch Ike gerade schon vorgemacht. So. Jetzt habe ich die langsame Dimension. Da guckt mal einer an. Und ich kann es hochfliegen lassen. So. Das ist hier schon mal. Hm. Komisch. Wie kriege ich denn hier was hin? So. Da am Anfang fliegt er ja auch gleich. Er ist ja nicht da drunter. Das macht bestimmt einen längeren Weg. Kannst du dir bloß nicht erklären. Jetzt wollen wir mal schauen. Achso. Ich gehe hier gar nicht weiter. Schade. Ähm. Ich kann da rüberspringen oder? Ja. Achso. Dann kann ich einfach. Ups. So. Und gehe selber aufs Förderband. Okay. Kross da. Na. Du musst runter gehen, um zu hoch zu hoch. Na doch schon. Immer wieder normal. So. Und apropos übersehene Geräuschemacher. Da gab es wirklich einen ganz fatalen Fehler von mir in einer der vorigen Folgen. Immer wenn man dann selber das Video guckt, dann sieht man es. Es ist einfach... Also bei mir ist es nochmal extrem. Es ist... Ähm. Ich würde mal behaupten, es ist eigentlich bei jedem Let's Player so. Aber bei mir ist es extrem, dass ich mich einfach auf irgendwas fokussiere. Und was so am Bildschirmrand ist, man sieht es einfach nicht. Weil man in dem Moment damit beschäftigt ist, sich darauf zu konzentrieren. Wie bewege ich die Spielfigur? Welche Tasten drücke ich? Und wo gucke ich hin, um zu sehen, dass was passiert und so. Soll jetzt keine Ausrede sein? Ich sag ja, bei mir ist es extrem. Aber so erklärt sich das. Also da braucht sich eigentlich keiner wundern. Wird mir immer wieder passieren. Auch wenn ich dann hinterher vielleicht sogar manchmal selber sehe. Das war nix. So, da oben steht Ike. Ähm. Was will ich denn machen? Was will ich denn machen? Will ich hier was rüber bekommen? Also im besten Falle mich. So, hier war einer. Da unten fallen. Ah ja. Na. Ah. Neh mal den nächsten. So, wo geht's da hoch? Hier. Oh Gott. So, und jetzt. Da unten passiert nichts. Ähm. Ich könnte vielleicht auch auf das... Ne, das Rohr verläuft nicht so, dass ich drauflaufen könnte, oder? Also hier könnte ich bestimmt drauf. Aber auf das Schmale da oben? So. Ähm. Oder muss ich hier ganz am Anfang einfach hoch? Oh. Ah, ich mach das mal am Anfang. Oh. Also hier, oder? Muss man mal schauen. Äh. So. Aua. Ich wollte eigentlich erst mal nur gucken. Ah. Ähm. Komm runter. Oh. Oh. Da war er weg. Äh. So. Wir machen mal hoch und dann langsam. Äh. Äh. Steh ich jetzt hier? Ah doch. Ich kann doch hier stehen. Na dann ist ja alles gut. Ich hoffe, das war so gedacht. Ach du Schreck. Da geht's ja noch viel weiter. Oh. Da steht Ike. Na? Mach's nicht, Plopp. If you can get that safe closer, you could probably jump to it. Ähm. Ach so. Jetzt muss ich einfach mal. So. Ach hei. Jetzt wird's kompliziert. Okay. Nehmen wir den mal da hoch. Wobei. Ne. So kompliziert wird's gar nicht. Ich lass ihn hier am Ende runterfallen in Zeitlupe. Und dann geht das schon. Vielleicht jetzt schon mal. Schaffe ich den Sprung? Hehe. Schwer einzuschätzen. Äh. Bis das passiert ist, gucke ich mich nochmal um. So. Da oben musste ich gar nicht hin. Das war nur Ablenkung. Mehr oder weniger. Ah ja. Doch, doch. Schaffe ich. Das schaffe ich. So. Hm? Was soll denn das da drüben? Ich seh jetzt grad mal wieder nichts, was ich verpasse. Ich geh mal hier rüber. So. Die kamen. Wo kamen die her? Kommt keiner raus. Oder wo muss ich hin? Kann ich hier hoch? Ach so. Ich musste. Greifen kann ich keinen. Ich kann ja mal. Erstmal ein Dofter sein. Was ist denn jetzt? Da. Den hole ich mir mal hier runter kurzzeitig. So. Mal langsamer, dass wir mehr Zeit haben. Soll ich vielleicht da hoch? Wäre ja gar nicht mal so schlecht, oder? Jetzt komme ich entweder hier oben an. Doch, komme ich auch. Aber hier komme ich nicht durch. Das ist ja blöd. Jetzt gibt es keine Stelle, wo ich hier runter komme. Hahaha. Hahaha. Sehr ungünstig. Komm hier nicht. Komm hier nicht lang. Ah. Wie machen wir denn das nur wieder? Moment mal. Wo bin ich eigentlich hin? Da unten irgendwie. Dann geh ich jetzt hier runter. Äh. Äh. Ne. Okay. Auf den Rohren kann man nicht stehen. Fakt Nummer 65. Du wirst niemals lesen lernen. Ich bezweifle, dass du es hier konntest. Haha. Haha. So. So. Komm mal her. Uah. So. Da hinten fliegt auch einer hoch. Muss ich da unten rauf und dann hoch. Geht doch auch nicht. Ach doch. Klar. Äh. Jetzt ist der leider da oben geblieben. Aber egal. Wo bin ich sozusagen. Da oben hoch bringt ja nichts. Soll ich hier lang? Ist doch auch Quatsch, ne? Warum kommt denn jetzt hier kein Neuer? So. Weil die alle nach oben gehen. Äh. Ah. Ah. Okay. Von hier. Kann man eigentlich immer an den Plattformen erkennen, ne? Die einen. Die einen ausruhen lassen. Dass man genau weiß, an welcher Stelle man als nächstes vielleicht rüber muss. So. Lassen wir nämlich hier in Zeitlupe fallen. Haha. Wieder einer an der Decke klebt. So. Das tolle an der Zeitlupe-Funktion ist, die lässt einen wirklich in Ruhe planen. Da ist nichts mehr hektisch. Sogar das Laufband. Ist alles andere als hektisch. So. Einmal hier. Und einmal den. Dann geht das nämlich ganz gut. Oh. Da kam was runter neben mir. Hoho. Äh. Wo geht's jetzt weiter? Was ist, wenn ich den da hoch mache? Dann geht der da rüber. Und ich kann wahrscheinlich hier rüber springen. Ähm. Ach. Da unten will ich hin. Ah. Ne. Das wäre schon hier gewesen. Da drüben will ich gar nicht hin. Das sei denn, es gibt da wieder was. Aber ich glaube ja nicht. Okay. Ich warte auf den nächsten. Der natürlich wieder. Doch. Der kommt. Schön. Dann machen wir das jetzt hier. Okay. Da klebt der schon wieder. So. Und. Langsam runter mit dir. Uah. Ich nutze immer die Zeit, um mich umzuschauen, falls ich doch was übersehe. So. Oh. Der ist aber sehr nah dran. Oh Gott. Ah. Das war nicht gut. Warum war das nicht gut? Du wirst niemals Thunfisch direkt aus der Dose essen. Auch das stimmt. Hat aber andere Gründe. Oh. Hat er direkt hier gespeichert. Ja. Das war jetzt aber irgendwie Mist. Ah. Ach du Scheiße. Muss ich zwei. Okay. Muss ich zwei hoch lassen. Beziehungsweise. Haben die überhaupt zwei zur Verfügung? Oh. Hätte ich den zur Verfügung haben müssen, ist ja die Frage. Oder soll ich jetzt auf den springen? Wir werden es gleich wissen. Also entweder der ist falsch abgebogen. Und hätte früher auf dem Band sein müssen, auf dem Laufband. Oder ich schaffe jetzt den weiten Sprung. Aber es sieht mir eigentlich so aus, als wenn ich den weiten Sprung schaffen kann. Uah. Ja. Sieht gut aus. So. Ah. Gut, das kennen wir aber schon. Einmal in Zeitlupe auf die Uhr gucken. Umgekehrte Schwerkraft hatten wir noch nicht bei denen. Ja. Das überrascht einen ja nicht. Ich möchte mich schon extra nicht mehr bewegen, wenn der hier lädt. Unsichtbare Barriere. Wo denn? Hier etwa? Ah. Äh. Ein Laser. Nicht schön. Ein Laserroboter. Na gut. Wo will ich denn überhaupt hin? So, da ist ein Bild. Was passiert hier? Da geht's auf. Aber nur kurz. Was war da hinten? Auch ein Schalter. Ich könnte hier runter. Da bewegt sich auch so gar nichts, ne? Also außer den Laufbändern. Da ist nichts drauf. Was ist, wenn ich jetzt hier runterspringe? Ist dann vorbei? Ich mach's einfach mal. Es gilt nämlich auch rauszufinden. Naja. Ob man sich irgendwo fangen kann. Das scheint jetzt mal nicht der Fall zu sein. Das ist hier also mein Notausweg. Hier könnte man auch was verstecken. Macht man aber nicht. Dafür speichert man mir hier das Spiel ab. Okay. Ja, wer kennt es nicht? So, mal die Schwerkraft ändern. Eine Errungenschaft. Kunstkenner. Wahrscheinlich, weil ich mir eine bestimmte Anzahl von Bildern in einer bestimmten Anzahl von Dimensionen angeguckt habe. So. Ja. Wendet sich jetzt nicht so viel, ne? Er sieht jetzt aus wie eine Fliege, die abhebt. Er sieht aus wie Flügel, ehrlich gesagt. Und nicht wie eine Jacke. Naja, gut. Das war jetzt nicht so spannend hier. Da muss noch mehr passieren. Also da unten müssen irgendwie Saves kommen, habe ich so das Gefühl. Oh, da hinten gibt es die Batterie. Ich glaube, dass es dort drei Saves gibt, wenn das hilft. Du brauchst diese hohe Batterie. Hey. Hey, runterkommen. Ich brauche die schwere Dimension. So, ich schätze mal, das schaffe ich nicht in einem Stück. Wobei, das kann ich ja... Na? Das kann ich ja wieder ändern. Achso. Okay. Oh, jetzt hat er aber echt böse geguckt. Woher diese Aggression? So, nach oben. Ach, die waren oben. Hallo? Ähm. Moment. So. Und... Einmal. Zweimal. Dreimal. Ne, ich trau mich nicht. Geh lieber wieder so hoch. Und... Hopp. Äh, wo kommt sie denn rein? Da vorne kommt sie rein. Okay. Don't let your emotions get in the way of a clearly logical solution. Ich hab noch nicht mal komplett hier alles analysiert, um die logische Lösung zu sehen zu können. Oh. Drei Saves. Tja. Leicht ist immer noch nicht drin, also tragen kann ich die irgendwie nicht. Aber, aber, aber. Es gab ja hier noch was. Genau. Das wird dann wohl die flauschige Dimension. Kann ja nur noch die flauschige Dimension sein. Das heißt, ich muss da ein Save oder eine... Was ist denn hier? Eine Kiste. Hinbekommen. Ja. Hm. Ah. Moment. Das machen wir. Äh. Und dann machen wir... Sehr schön. Ja? So ergibt das alles ein Zusammenspiel und schwer und die letzte Dimension. Was können wir jetzt machen? Jetzt können wir uns... Nicht irritieren die... Das ist jetzt nur eine Lampe. Der Emitter da hat mich... Also der Laser da hat mich irritiert. Ich würde mal sagen, hier trage ich jetzt einfach ein Save hin. Eigentlich kann ich auch selber mit dem... Ach nee, Moment. Ah, das wird ja eine Nummer jetzt. Ich muss da hinten den Knopf drücken, damit es hier aufgeht. Und gleichzeitig muss ich... Die kann ich mir aber vorher platzieren. Muss ich die Saves hier als Straße sozusagen haben. Ich nehme sie mal alle. Wird man mir ja nicht umsonst drei gegeben haben. Aber ich könnte eigentlich schon... Ah, ich weiß. Ich könnte... Was könnte ich machen? Ich könnte mir die über die drei Bänder so platzieren, dass die eine gute Straße ergeben. Und zwar... Wie machen wir es? Wir machen... Machen mal... Den machen wir mal vorne hin. Ah, hier ist ja praktischerweise auch ein Raster. So, ich weiß jetzt noch nicht, wie groß ich die Abstände mache. Vielleicht so den ersten und so. Ich meine, der kommt dann sowieso später, ne? Ich könnte sie wahrscheinlich auch alle nebeneinander machen und sie würden... Dann so hintereinander eigentlich ankommen. Ich probiere das mal. So. Wenn die jetzt kaputt gehen, falle ich erstmal selber mit runter. So, und jetzt? Gucken wir mal. Jetzt kommt die genau so an. Wahrscheinlich ist das zu kurz. Aber schauen wir mal. Ne, sieht eigentlich gut aus. Ich gehe schon mal hoch. Dann mache ich schon mal... Äh, nein, das war schlecht. Da habe ich zu spät reagiert. Jetzt ist natürlich hier völlig Amox entstanden. Scheiße. Ach, je. Das war nicht gut. Das muss natürlich auch auf Anhieb klappen. Sonst... Gibt es da nicht so schnell ne zweite Chance. Ich meine, ich hätte jetzt auch flauschig machen können und alle retten, aber dann... Fahnte ich mir nur alle weg. Gebt mir noch nen zweiten Versuch. Ach so, jetzt ist natürlich... Hä? Das Glas ist wieder da? Okay. Also ich fand das schon ganz gut, wenn die einfach so nur nebeneinander stehen. So, ich habe nur eine Taste nicht schnell genug gedrückt. Wenn ich nämlich auf halbem Weg nach oben bin, mache ich erstmal die Verlangsamung. So. Ich gehe auf den ersten rauf. So. Jetzt geht es mal kurz nach oben. Und gleich wieder in die Verlangsamung. Dann werde ich die Tür aufmachen und... Oh je. Ihr sollt runterkommen. Ach so. Moment. Hä? Ich bin in einer Verlangsamung. Die müssen jetzt eigentlich demnächst mal den Weg nach unten antreten. Hallo? Scheiße. Und ich kann in der Zwischenzeit nicht refreshen. Das ist das Problem. Jetzt. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich drücke gleich nochmal. Oh, scheiße. 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 Ah, shit. Das ist... Das klappt nicht. Obwohl, jetzt sind sie doch... Sind die auch nach vorne geschwungen? Ja. Mist. Jetzt passe ich das mal anders ab. Oh, der hintere ist auch so schief. Ich glaube, ich muss das ganz anders machen. Das war völlig falsch. Ich komme von der Seite. Klar. Okay, aller guten Dinge sind drei. Hehe. Hä? Also. Und wo? Woran? Also, was soll mir der da sagen, der Roboter? Der ist doch jetzt ungefährlich. Hat der irgendwann den Laser an? Dass ich nicht zurück kann? Sonst würde ich jetzt einfach schon mal hier den Weg vorbereiten. Jetzt machen wir das nämlich so schwer. Tja, ich weiß nicht, was der soll. Okay, da kommen sie jetzt an. Ah, nein, der erste liegt schlecht. Egal. Ich lasse sie hochkommen und dann verlangsame ich. Dann haben sie nämlich noch den Schwung nach oben. Das ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es geht schon wieder abwärts. Mach schneller. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Komm jetzt. Oh. Perfekt Timing. Nee. Da widerspreche ich. Es geht besser. Wahnsinnig witzig. Kannst du mich hören? Ja, ich kann. Einmal volltanken, bitte. Volltanken, bitte. So, wenn ich das Ganze rumdrehe. Ah, gucke mal. Da hinten schaltet sich was. Okay. Ist ja mal nicht so schwer. Wird auch nicht schwerer, wenn man es viermal hintereinander macht. Ja, heißt, ich muss ein Bällchen reinhauen. So, ach, ich kann es sogar flauschig machen. Kann ja der erste schon mal nicht so schwer sein. Jetzt kann ich übrigens auch mal testen, ob der auch flauschig da rein darf. Oh, tatsächlich. So, hilft aber nichts. Kann ich den auch, wenn ich einen anderen Bogen werfe? Nee, da wird es nämlich schon schwer. Hm. Ist hier irgendwas mit Schwerkraft zu holen? Moment, also wenn ich hier einen hole. Ach so, na klar. Flauschig. Jetzt fliegt der. Auf seinem Weg dahin wird er kurz nochmal hochgehen. So. Ah. Nice hang time. Tja, zu viel Schwebezeit. Würde ich sogar sagen. So. Ja. Sagen wir so, der Behälter ist ja groß genug. So. Noch mal einer. Hehe. Auch witzig ist das schon hier, den so schweben zu lassen. Wow, das war schon wieder zu weit. Nein, perfekt. Perfekt. That's good enough. Ja, schön. Wäre hier noch irgendwas? Ich habe jetzt kein Geräusch gehört in der Folge bisher, muss ich sagen. Man wird ja immer ganz paranoid und denkt sich, hm, irgendwo muss doch was sein. Aber vielleicht auch mal nicht. Da oben. Ja. Siehste mal. Oh, was können wir denn da Schönes draus machen? In Flauschig hatten wir schon mal das Candyland, glaube ich. Ja. Und jetzt die umgekehrte Dimension, äh, umgekehrte Schwerkraft. Ähm. Okay, es hebt die Bäume raus. Was ist das da in der Mitte? Da kommt ein U-Boot hoch. Okay, und da hinten geht der Schnee hoch von den Bergen. Hehe. So, jetzt, ähm, würde ich sagen, nehme ich mal ein Bällchen mit. Dann kriegen wir das hier nämlich auch noch hin. Mit dem Extra. So, wo muss ich hoch? Hier muss ich hoch. So. Ah, habe ich sogar eine schöne Fläche zum Stehen. Wow. Not entirely sure, why I left that here. Das ist wieder so eine Blaupause, ne? Umgekehrt, Schwerkraft auch verfügbar. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt auch alle verfügbar habe. Ob ich alle Blueprints gefunden habe. Ich habe keine Dimensionen zur Verfügung. Naja. Ach, wieder so ein Gelatsche. Das hatten wir doch auch schon mal so. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal ganz böse was übersehen. Das ist genau baugleich mit dem, was ich schon mal hatte. Da hinten ging es auch rein, ne? Oder laufe ich hier im Kreis? So, und... Jetzt ist doch die Frage... Das ist hier nur so ein Zwischen... Zwischenstück hier. Hier ist nichts zu finden. Also, ich habe wieder mal nichts gesehen. So. Sushi. Das jetzt hier mit Sushi zu... Okay. Habe ich irgendeine Dimension? Ja, ich habe die... Umgekehrte Schwerkraft. Das ist ja schon mal... Im Bereich des Möglichen. Sagen wir mal so. Okay, da oben muss es rauf. Was es hiermit tut. So. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. So, lasers. I once knew someone who retrofitted a laser pointer to achieve a focal point of less than one one thousandths of an inch. I must say, it was rather impressive. And certainly sliced through several materials, including his own toes, like a hot knife through butter. Aua. Okay, was will man denn hier von mir? Hier sind überall Laser oben an der Decke. Und hier kann ich aber eigentlich weiterlaufen. Das war doch gar kein Rätsel, oder? Das kommt wahrscheinlich jetzt hier, wenn ich eine Etage höher stapfe. Ja, 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 ja. Aha. Schön, da ist eine Batterie. Die umgekehrte Schwerkraft habe ich schon drin. Merkt man ja auch an der Anzeige. Und das habe ich wieder vergessen. Das müsste, äh, das müsste die Zeit sein, die Verlangsamung. Das kommt alles in der nächsten Folge dran. Ich staune, dass mir das Spiel noch nicht sagen wollte, dass die Folge zu Ende ist. Also auf subtile Weise mir zu verstehen geben wollte. Du, äh, technisch kommen wir hier nicht weiter. Nein, es läuft eigentlich noch alles gut, ne? Alles schön flüssig und so. Darf ja auch mal sein. Ich nehme das an. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hüpf. Ein Freundssprung war das, weil die Technik mitmacht. Noch einer. Hüpf. Tschüss. Tschüss.